Seit 2019 mischt Let's Dance Jurorin Mozi Mabuse auch das britische Fernsehen in der beliebten Tanzshow Strictly Come Dancing auf und hat sich viele Fans gemacht, darunter auch Royals. Herzogin Kate scheint nicht nur von der britischen Tanzshow, sondern auch von Mozi Mabuse begeistert zu sein und stattete ihr einen Besuch ab. Prinzessin Charlotte und Prinz Louis waren mit von der Partie. In der ZDF-Sendung Dalli Dalli, die Weihnachtsshow, die am 19. Dezember 2023 ausgestrahlt wurde, berichtete Mozi von der Begegnung. Das geheime Treffen fand Anfang Dezember in den BBC Elstries Studios statt. Über die Verabredung verrät Mozi, Letzte Woche habe ich die Familie kennenlernen dürfen. Sie sind heimlich in das Studio gekommen. Das war ein Riesending. Sie sind große Fans. Während des Treffens plauderten die Royals auch aus dem Nähkästchen und verrieten Mozi. Sie lachten und sagten, Samstag ist unser Fernseher an und wir gucken Strictly Come Dancing. Laut Sun sollen die royalen Sprösslinge bei ihrem zweistündigen Besuch viel Spaß gehabt haben, allerdings gab es strenge Sicherheitsvorkehrungen, weshalb keine Fotos von Herzogin Kate und ihren Kindern gemacht werden durften. Aber Mozi wird sich sicherlich noch lange an diesen Besuch erinnern. Dabei war es für Mozi nicht die erste Begegnung mit den Royals. Denn auf König Charles III. und Königin Camilla traf die Tänzerin erst vor kurzem. Die Fans im britischen Königshaus werden wohl immer mehr.